das ist das lebe ich mein video stopp weil du ein video macht das ist doch ein scheiß alles das habe ich nicht gewusst schuldigung aber ich habe auch nicht dran gedacht nicht stimmen und das sind so sachen das nervt mich ein bisschen in der box wenn sich zwei händys koppeln dass es bei jedem scheiß dann aufhört ich kann das wort schon nicht mehr hören ostdeutschland es ist furchtbar ostdeutschland nein ernsthaft da wissen wir mittlerweile auch nicht mehr ist das jetzt ein standortvorteil oder üble nachrede da ist doch so also ich komme nachweislich aus sachsen ja und das ist mitteldeutschland ja mdr mit einer rente ostdeutschland die gebiete gehören uns doch noch gar nicht wieder